Ross Anthony auf Stippvisite in Berlin. Moderationen, Auftritte, Drehs und Autogrammstunden. Der Moderator, Entertainer und Sänger ist 24 Tage im Monat unterwegs. Seine Fans und Freunde können ihm dank Facebook und Co. auf Schritt und Tritt folgen, denn Ross ist ein aktiver Poster. Ich bin entweder auf Facebook mit meinen Fans unterwegs und ich poste sehr viele Bilder und Einträge, dass die wissen, genau wo ich bin und wo die mich sehen können. Ein Leben offline kann sich der 36-jährige Ross Anthony nicht mehr vorstellen. Ich würde nicht sagen, bei mir das ist eine Sucht, aber ist es halt. Süchtig nach dem Netz und ständig online, Ross Anthony ist damit in bester Gesellschaft. Er ist ein typischer Vertreter einer neuen Generation von Web-Usern, der Generation 140. Die kommuniziert wie Ross mit Wortfetzen und kennt sich mit den 140 Twitter-Zeichen bestens aus. Das zeigt eine neue Studie von Yahoo. Die Generation 140 überlegt aber auch ganz genau, welche Nachrichten sie über soziale Netzwerke verbreitet. Überraschendes Ergebnis für uns war, dass 60 Prozent der Nutzer von sozialen Netzwerken angegeben haben, lieber eine persönliche E-Mail von ihren Freunden zu erhalten, als eine Massennachricht an viele Freunde. Und Ross? Er ist ein bekennender Fan der Massennachrichten. Ein gutes Viertel der Deutschen fühlt sich laut Yahoo-Studie auch tendenziell zugemüllt von Nachrichten via Social Networks. Ross liebt die Kommentare und ist schon gespannt, wie viele Fans ihm jetzt geantwortet haben. Und wie hält es Ross Anthony mit den wirklich privaten Nachrichten? Kennt er Grenzen? Man möchte nicht alles zeigen. Okay, ich bin halt jemand, der gerne viel zeigt. Aber es gibt natürlich Grenzen bei mir, wo ich sage, stopp Ross, das musst du nicht zeigen. Das wollen die Leute auch nicht wirklich sehen. Und das ist mein intimer, privater Bereich. Und dafür würde ich dann E-Mails nutzen, um das zu verwenden. Facebook bleibt also für die Fans. Seinem Mann Paul und seiner Familie schreibt er lieber E-Mails. Ich finde, für jemand wie ich, ich bin halt ein Engländer, der auch in Deutschland wohnt. Und ich muss sehr viel mit meiner Familie und meinen Freunden reden und schreiben und so. Und ich finde E-Mail wirklich das optimalste Weg überhaupt. Einfach nur diesen Kontakt nie zu verlieren. Und ich kann nicht immer täglich telefonieren. Hätte ich das gemacht, dann hätte ich keinen Cent mehr auf dem Konto gehabt. Aber es ist sehr wichtig, diesen Weg auch zu behalten. Einfach nur, weil man fühlt sich immer noch ein Teil von der ganzen Familie halt. Social Media steht also hauptsächlich für Fun. Auch mit diesen Ansichten befindet sich Ross Anthony in guter Gesellschaft. Laut der Yahoo-Studie würden die meisten Deutschen als einzige Sache ihren persönlichen E-Mail-Account sogar mit auf eine einsame Insel nehmen. Privat ist eben doch privat.